Scan abgeschlossen. Weitere Proben benötigt. Ja. Für dich ist es so super. Bistere Proben benötigt. Wie ist es das? Ich muss jetzt noch ein Fix-Helm kräg ich spechen Fehlfunktion, defekt, schade. Ah, da bräuchte ich die Hip-Craft, ich hab's gewusst. Oh, ist das kein Pombe? Aha, da war das Büro von irgendwem. Ah, wieder ein neuer Durchgang, das ist sehr gut. Ah, rauf mit Sma, o.k. Ah, okay. Okay, ich hab's verstanden. Okay, wir kommen schon immer näher, ich will mich trotzdem noch umschauen. Ja, welch Idiot. Wir waren ja da schon. Was? Der Volk ist da dran. Haben wir gemacht. Boah, da tut man lieber schweichern, weil das... Ja, ich muss das jetzt leider aushalten, ich sag's noch. Haha, mit denen hat jetzt keiner gerechnet, dass ich mich da oben verstecken kann. Dann reißen wir die Zeile jetzt herunter. Aber da steht's, hier werden gejagt. Aber irgendwie... Kommt nix. Schade, dass das nicht im Hintergrund läuft. Ich brauch unbedingt ein Anzugsreparatur-Set. Das brauch ich wirklich dringend. Warte mal. Das war noch... Ja, das tut mir jetzt leid, dass das jetzt ein bisschen langweilig ist. Ja. 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 Also... Es ist ein Schleimkanister. Okay. Bei den letzten Protokollen stand jedoch, dass der Satellit beschädigt wurde. Sie müssen einen Ersatzteile. Naja, das kann ich gern machen. Jetzt brauche ich nur so einen Versteller-Dings. Schauen wir uns jetzt einmal die Ziele an. Wie auch immer Dezember ist, was ist da unten? Schau! Aha! Interessant. Aber wir müssen für beide Ziele da rüber. Oder machen wir das? Jetzt müssen wir halt schon wieder warten. Untertitelung des ZDF, 2020 Ich muss unbedingt die Hebkraft rein und hacken oder so. Das brauche ich. Warum flackert denn das jetzt so? Zurück geht gerade ein bisschen, kann das sein? Ich weiß nicht warum, aber jetzt geht es wieder. So. Ja, ja, drücken wir einmal J. Warte. Bitte, danke. So. Noch irgendwann ein... Kommunikationsgerät und ein Tresor. Ich würde sagen, wir gehen nochmal zum Tresor. Ja. Was? Ich habe nicht die Aktivität. Ich bin noch ein bisschen. Ich bin noch ein Tresor. Ich habe nicht die Aktivität. Ich habe nicht die Aktivität. Ich bin noch ein Tresor. Halbwegs Tresor. Aber wir wissen selber nicht, wo er ist. Wir müssen suchen gehen. Das gibt's ja nicht. Na gut. Nein, das ist super. Kapitän, wir müssen schon wieder... Da geht's. ... ... ... ...